Und somit gehen wir weiter in der Tagesordnung und die Beschlussempfehlung angenommen bedeutet, der Ausschuss hat empfohlen, den Antrag abzulehnen, den Beschluss abzulehnen und damit hat die Mehrheit des Hauses sich gegen den AfD-Antrag hier gewährt. Manchmal ist dieses Abstimmen nicht so einfach auf den ersten Blick, aber wir sind jetzt schon bei dem nächsten Top, nämlich Top 29, Arzneimittelversorgung. Das ist von der CDU-CSU ein Antrag. Die Unionsfraktion fordert von der Bundesregierung weitere Initiativen, um die Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Die Unionsfraktion stellt in ihrem Antrag einen 21-Punkte-umfassenden Forderungskatalog auf, um die Versorgung mit Medikamenten zu verbessern. Unter anderem führt sie darin folgende Punkte auf. Die Bundesregierung soll den sogenannten Pharma-Dialog wieder aufnehmen. Der Bund müsse sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Wirkstoffe und Arzneimittelproduktionen in Europa gestärkt und insbesondere wichtige Arzneimittel wieder primär in Europa produziert würden. Und Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Union, stellt jetzt diesen Antrag der Union hier vor. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Winter haben die Teams in den Apotheken Höchstleistungen erbracht, um Engpässe, Lieferengpässe, Arzneimittelengpässe zu bewältigen. Jetzt stehen wir wieder vor einem weiteren Winter des Mangels. Klar ist, die Maßnahmen der Ampel haben die Situation leider nicht entschärft. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man wieder sagen, diese Debatte ist nach dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier. Wir als Union erzwingen heute erneut eine Debatte zu diesem Thema. Und es ist im Übrigen die einzige Gesundheitsdebatte diese Woche, weil von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ampel leider nichts kommt. Wir haben... Genau, Frau Kollegin, genau darauf habe ich gewartet. Wir haben ja schon reagiert. Ich sage Ihnen gleich was dazu. Und was reagieren in Ihren Augen heißt, hat der Minister letztens auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, also eher unfreiwillig mal wieder, er sei der festen Überzeugung, die Ampel hätte bei Gesundheit, ich zitiere, bisher gut funktioniert. Und insofern kann ich Ihnen das Ampeldeutsch ja mal übersetzen. Das heißt nur zur Erinnerung, Apotheken und Arztpraxen schließen aus Protest. Tausende Menschen demonstrieren. Ein Protestbrief nach dem anderen erreicht den Bundeskanzler, zuletzt Apothekerinnen, Apotheker, Ärzte und Ärzte, die fordern den Bundeskanzler auf. Lieber Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Bundesgesundheitsminister leer, werden Sie endlich tätig. Und als quasi Kirsche auf der Sahnehaube erleben wir diese Woche, dass das Bundesverfassungsgericht auch noch sagt, der Haushalt ist verfassungswidrig. Wenn das Gutes funktionieren ist, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, herzlichen Glückwunsch, dass das völlige Realitätsverlust ist. Und ich will es nur noch mal klarstellen, es funktioniert im Bereich der Gesundheit eben nicht gut. Das ist nichts anderes als ein Totalausfall. Sie tun so, als sei das Problem der Lieferengpässe gelöst. Sie tun so, als sei es zum ersten Mal seit Jahren aktionnah und die Probleme würden in Angriff genommen. Und ich wette, Sie werden auch in dieser Debatte wieder sagen, ja, die Union habe doch die letzten 16 Jahre regiert und sei in der Regierung gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb will ich einen kleinen Rückblick auch mal machen und sagen, was wir als Union, im Übrigen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD, in diesem Bereich gemacht haben. Wir haben seit 2019 die Meldepflichten zu den Lagerbeständen eingeführt. Wir haben die Lagerhaltung für kritische Arzneimittel ermöglicht. Wir haben ermöglicht, dass ausländische Medikamente abgegeben werden können. Wir haben Ausnahmen von den Rabattverträgen ermöglicht. Wir haben den Beirat beim BfArM ins Leben gerufen. All das schon 2019, also noch lange vor Corona. Und das, was jetzt passiert, ist im Grunde nichts anderes als Arbeitsverweigerung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, was Sie tun. Und wenn Sie sagen, das sei das Ergebnis der Vergangenheit, dann kann ich Ihnen nur mal ganz nett sagen, liebe Frau Kollegin Behrens, das ist ja immer ein beliebtes Spiel, was Sie machen. Immer dann, wenn Kritik kommt, wird das als Majestätsbeleidigung von Ihnen kommentiert. Nur ein kleines Beispiel der Erinnerung. Es war in diesem Sommer nicht etwa Deutschland, dass eine EU-Initiative gegen Medikamenten in Pässe vorangetrieben hat. Also, wir haben den Minister monatelang getrieben, haben gesagt, geht doch auf europäischer Ebene endlich voran und macht etwas gegen Arzneimittelengpässe. Der Dialog, Arzneimitteldialog ist nicht ins Leben gerufen worden. Auf europäischer Ebene, ich erinnere, war das Land Belgien, das kleine Land Belgien, was federführend für einen Critical Medicine Act sich eingesetzt hat. An der Spitze von 19 Staaten aus Berlin war dazu nichts, aber auch gar nichts zu hören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sagen Sie natürlich wieder, ja, das stimmt alles nicht, und was würde die Union tun? Ich kann Ihnen sagen, was wir tun würden. Wir haben nämlich mit diesem Antrag erneut Vorschläge gemacht. Wir haben 21 Vorschläge in diesem Antrag konkret vorgeschlagen, wie wir die Medikamentenversorgung absichern würden, was sich machen lässt. Wir wollen Apotheken bestmöglich unterstützen. Wir wollen den Dialog mit allen Beteiligten verbessern. Wir wollen die Informationslage Bürokratie abbauen. Und das ist ein umfassender Ansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und zum Schluss, weil Sie immer so tun, als sei das Problem längst gelöst. Kommen Sie bitte schnell zum Schluss. Wir haben konkret Ideen vorgeschlagen in diesem Antrag. Stoppen Sie sinnlose Nullretaxationen. Rufen Sie den Pharmadialog erneut ins Leben. Herr Kollege, bitte ein letzter Satz. In diesem Sinne, nehmen Sie Ihre Führungsrolle ein. Regieren Sie endlich. Jammern Sie nicht. Die Menschen in diesem Land, insbesondere die Kinder, haben es verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nächste Rednerin ist Martina Stamm-Fibich. Tino Sorge hat hier den Antrag der CDU-CSU vorgestellt. Arzneimittelversorgung sicherstellen, Versorgungssicherheit gewährleisten. Martina Stamm-Fibich jetzt für die SPD. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken bei der Unionsfraktion für diesen Antrag. Danke, dass Sie uns heute Gelegenheit geben, Ihnen zu zeigen, wie verantwortungsvolles Regierungshandeln aussieht. Und danke, dass Sie uns zeigen, wie verantwortungsvolle Oppositionsarbeit nicht aussieht. Ja, warte mal, ich bin gleich soweit. Es stimmt, in Deutschland gibt es immer noch Arzneimittellieferengpässe. Und es stimmt, in manchen Bereichen ist die Situation der Arzneimittelversorgung nicht optimal. Tatsache ist aber auch, dass diese Situation heute deutlich besser ist als vor einem Jahr. Dazu hat insbesondere auch die bisherige Gesetzgebung dieser Regierungskoalition beigetragen. Und das Wichtige ist, wir belassen es nicht dabei. Das Bundeskanzleramt, das Wirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium werden am 30. November gemeinsam mit der Industrie in den Dialog treten und die kommende Pharmastrategie der Bundesregierung diskutieren. Damit ist das Thema endlich dort aufgehängt, wo es als Querschnittsthema auch hingehört. Ein Fakt, den Sie bisher gekonnt ignoriert haben. Darüber hinaus machen wir in Deutschland mit dem Digitalgesetz, dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und dem Medizinforschungsgesetz als Forschungsstandort uns endlich wieder wettbewerbsfähig. Und dass Ihre Schwarzmalerei nicht den Tatsachen entspricht, sehen Sie heute auch an den Nachrichten. Ja, die pharmazeutische Industrie investiert in diesem Land und wir tun sehr viel dafür, dass es auch so bleibt. In Ihrem Antrag bestreiten Sie alles leider vehement und geben gleichzeitig noch vor, großartige Ideen zur Stärkung der Arzneimittelversorgung. Denn um die geht es in Ihrem Antrag in Deutschland zu haben. Da kann ich nur sagen, wer es nicht schafft, auf fünf Seiten etwas konkreter als mehr Geld für alle und weniger Bürokratie, der leidet entweder an akuter Einfalls oder Ahnungslosigkeit. Wer Ihren Antrag ohne Kenntnis des Problems liest, der könnte meinen, dass es Lieferengpässe erst seit zwei Jahren gibt. Da wir allerdings wissen, dass es das Problem schon sehr viel länger gibt, fragen wir uns natürlich, was hat denn eigentlich Jens Spahn in seiner Zeit als Gesundheitsminister getan? Wenn das alles so einfach wäre, wie Sie uns vorgeben, dann wäre doch alles gelöst. Das ist es aber nicht. Und kommen wir zum Grundproblem Ihres Antrags, nämlich der falschen Annahme, dass allein die Preise der gesetzlichen Krankenversicherung schuld an der jetzigen Situation sind. Das stimmt nämlich nicht. Die Ausgestaltung der Lieferketten, wie wir sie heute vorfinden, ist das Resultat unternehmerischen Handelns in einer globalisierten Wirtschaft. Unternehmen gehen natürlich dorthin, wo sie bzw. kaufen dort ein, wo sie ihre Kosten minimieren und ihre Gewinne maximieren können. Das ist ja auch nicht verwerflich. Das passiert auch in anderen Wirtschaftszweigen mit einer freien Preisbildung. Und auch dort gibt es Lieferengpässe. Und weil Ihre Grundannahme schon problematisch ist, kann auch die Lösung nicht gut sein. Ihr Antrag sieht vor, Hinz und Kunz aus den Kassen der GKV gestützt, gestärkt und besser bezahlt werden sollen. Ganz dünn wird es dann aber, wenn bei den Ausführungen dazu, um welche Beträge es handeln soll und aus welchem Geld es passieren soll. Sie meiden konkrete Aussagen wie der Teufel das Weihwasser. Wir sind ja nicht abgeneigt, mehr Geld in die Hand zu nehmen, dort, wo es Sinn macht. Aber wer stellt eigentlich sicher, dass diese Investitionen am Ende auch in eine bessere Versorgung, Sicherheit fließen und nicht einfach in den Taschen der Scherholder verpuffen? Darauf geben Sie keine Antwort. Und mit der haushalterischen Realität in der GKV haben Ihre Forderung jedenfalls nichts zu tun. Für die Zukunft deshalb einen Tipp. Hören Sie auf, alte Anträge neu aufzukochen. Und kommen Sie mit konkreten Vorschlägen, die auch die Diskussion wert sind. Bis dahin werden wir reale Politik machen und Versorgung mit Arzneimitteln in diesem Land verbessern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Martina Stamm-Fiebig für die SPD wies darauf hin, dass ja schon viel passiert ist. Sie erinnern sich an die Medikamentenengpässe im vergangenen Jahr. Die Bundesregierung hat reagiert. Im Juli hat sie ein Gesetz verabschiedet, das Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Arzneimittel zur Pflicht macht. Nächster Redner, Martin Sichert für die AfD. Was haben Sie unserem Gesundheitswesen angetan? In dem Antrag fordern Sie von der Union, ich zitiere, zu prüfen, ob und wie Ärzten aktuelle Informationen darüber zur Verfügung gestellt werden können, in welchen Apotheken noch Fiebermedikamente bzw. Antibiotika vorhanden sind. Ist das wirklich Ihre Lösung für fehlende Medikamente? Ernsthaft? Ärzte sollen Informationen bekommen, wo es noch lebenswichtige Medikamente gibt. Wäre es nicht viel besser, einfach die lebenswichtigen Medikamente zu besorgen und damit eine bundesweite Versorgung sicherzustellen? Sie von der Union sind doch die Partei von Jens Spahn und Ursula von der Leyen. Sie sind die Partei, die noch vor kurzem für weit weniger wichtige Medikamente, aber Milliarden Steuergeld ausgegeben hat. Sie haben dafür gesorgt, dass die Firma Biontech auf Kosten der Steuerzahler auf einen Schlag über 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat. Und jetzt fällt Ihnen die naheliegendste Lösung für die Knappheit lebenswichtiger Medikamente nicht ein, nämlich diese Medikamente einfach auf dem Weltmarkt einzukaufen. Wenn Sie jetzt fragen, woher das Geld kommen soll, dann muss ich Ihnen sagen, Sie sind mit dieser Frage reichlich spät dran. Als Sie Biontech aber Milliarden in den Rachen geworfen haben, habe ich diese Frage nämlich schmerzlich vermisst. Außerdem ist mehr als genug Geld vorhanden. Man muss nur einfach ein paar Windräder weniger bauen, ein paar Gender-Lehrstühle weniger finanzieren, ein paar Ukrainern weniger hierzulande ein Luxusleben ermöglichen. Dann hätte man sofort genug Geld zusammen, um dafür zu sorgen, dass jeder in Deutschland die notwendigen Medikamente bekommt. Die Medikamentenkrise ist übrigens hausgemacht. 2000 wurden zwei Drittel aller Wirkstoffe in der EU hergestellt. Inzwischen werden über 80 Prozent der Wirkstoffe in Indien und China produziert. Seit 2000 stellen SPD, CDU, Grüne und FDP den Gesundheitsminister. Es ist höchste Zeit, dass das endlich mal eine Partei macht, die das kann. Denn Sie alle haben ja gezeigt, dass Sie es offensichtlich nicht können. Mit Ihnen fährt das deutsche Gesundheitssystem Stück für Stück mehr an die Wand. Die Energiewende mit den hohen Energiekosten, die nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime massiv belastet, sondern auch Industrie aus dem Land vertrieben hat, treibt die Ampel zwar auf die Spitze, aber begonnen hat sie die Union. Die unkontrollierte Massenzuwanderung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen unser Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, die nie in die Krankenversicherung eingezahlt haben, treibt die Ampel auf die Spitze, aber begonnen hat sie die Union. Die immer höheren Steuern und Abgaben, die immer höheren Lebenshaltungskosten, die Bürger und Wirtschaft belasten, treibt die Ampel auf die Spitze, aber begonnen hat sie die Union. Ihre Politik ist wie schlechte Medizin. Sie doktern immer nur an den Symptomen herum, sind aber nicht bereit, sich mit den Ursachen zu beschäftigen. Beispielsweise fordern Sie in Ihrem Antrag, dass die Ausbildung für pharmazeutisch-technische Assistenten besser werden soll. Dabei liegen die Probleme doch ganz woanders. Auf der einen Seite immer höhere Sozialabgaben und Steuern, gestiegene Mietpreise und Energiekosten, und auf der anderen Seite das immer höhere Bürgergeld. Da hat so mancher mehr Geld, wenn er einfach zu Hause bleibt und vom Jobcenter lebt, als wenn er als PTA Vollzeit arbeiten geht oder eine Ausbildung macht. Wir bekommen den Mangel an ausgebildeten Fachkräften im Gesundheitswesen nur in den Griff, wenn wir dafür sorgen, dass sich Arbeit wieder lohnt, und zwar für jedermann. Sie von der Union zeigen mit diesem Antrag nur, dass Sie weiterhin nicht fähig sind, die Probleme im Gesundheitswesen anzugehen, dass Sie sich vor echten Lösungen scheuen und dass man Ihnen auf keinen Fall das Gesundheitsministerium anvertrauen sollte. Vielen Dank. Die nächste Rednerin hier in der Debatte ist jetzt gleich Kirsten Kappert-Gonther. Ich grüße Sie recht herzlich und wir fahren in der Debatte fort. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonther. Sie haben es gesehen und gehört, Yvonne Marquardt hat jetzt hier den Präsidiumsvorsitz besetzt. Sie ist von der CDU. Aber jetzt Kirsten Kappert-Gonther für die Bündnisgründe. Diese Hetze lassen wir jetzt mal dort und beschäftigen uns wieder mit Gesundheitspolitik. Man muss ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, auch mal die Kirche im Dorf lassen. Arzneimittellieferengpässe machen vielen BürgerInnen Angst. Es ist eine bedrohliche Situation, wenn man befürchten muss, in den Apotheken auf leere Regale zu stoßen. Noch schlimmer, wenn es um die eigenen Kinder geht. Und gerade weil dieses Thema Angst macht, darf es nicht instrumentalisiert werden. Eine Ursache. Pharmaunternehmen gucken auf die Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln und ziehen sich teilweise aus versorgungsrelevanten Wirkstoffen zurück, wenn die Margen kleiner werden. Und genau darum, genau darum haben wir vor einigen Monaten das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsstärkungsgesetz beschlossen. Es adressiert viele Probleme und deren Ursachen bereits. Sie fordern ein EU-Frühwarnsystem. Das ist bereits Teil der EU-Arzneimittelrevision. Drohende Engpässe und Lücken in den Lieferkässen müssen übermittelt werden. Schon beschlossen haben wir eine Bevorratungspflicht von sechs Monaten für alle Medikamente in Rebat-Verträgen. Auch das ein wichtiger Baustein, um die Versorgungssicherheit herzustellen. Noch weitergehend sind die neuen Regeln für Medikamente für Kinder. Hersteller von Kinderarzneimitteln können höhere Preise abrechnen. So bleiben sie auch wirtschaftlich attraktiv. Dabei ist nicht alles, was wirtschaftlich attraktiv ist, auch medizinisch sinnvoll. Ressourcen müssen bedarfsgerecht eingesetzt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Lieferengpässe betreffen auch Erwachsene und Kinder mit psychischen Erkrankungen. Meine Beobachtung als Fachärztin für Psychiatrie ist, dass beispielsweise Antidepressiva auch deshalb verordnet werden, weil Zugänge zu anderen Therapieformen wie Psychotherapie zu eng sind. Und das ist nicht gut. Und es wurde auch viel zu lange der Tatsache, zu wenig Beachtung geschenkt, dass Psychopharmaka eben nicht automatisch eine Dauermedikation sein müssen und zu Gewöhnung führen können. Es muss immer wieder überprüft werden, welche Medikationen tatsächlich erforderlich sind. Aber abruptes Absetzen, das kann gefährlich werden. Es darf nicht passieren, dass ein Medikament aufgrund von arzneimischem Klapphalt abgesetzt werden muss. Und dafür, genau dafür, haben wir als Ampel bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht, die, so wie im Übrigen auch manche Medikamente, zum Teil etwas Zeit für die volle Entfaltung der Wirkung benötigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin kommt von der Linksfraktion, Petra Sitte. Sie ist Sprecherin für Forschungs- und Technologie- und Innovationspolitik. Die Linken haben ja heute ihren Parteitag in Augsburg. Wir werden Ihnen heute Nachmittag und fortfolgend von diesem Parteitag berichten. Doch zunächst Petra Sitte. ... verkündete Karl Lauterbach, man sei in der Versorgung mit wichtigen Arzneimitteln für Kinder herbst- und winterfest aufgestellt. Nun aber zeigt sich, dass immer noch oder eigentlich schon wieder auf einer Lieferengpass-Liste 515 nicht- oder kaum verfügbare Medikamente stehen. Darunter sind eben auch jene Arzneimittel für Kinder und es sind Antibiotika, bei denen bereits seit einem Jahr der Zugang auf der Kippe steht. Wer also auf Karl Lauterbach vertraut hat, bleibt enttäuscht bis entsetzt zurück. Und dieser Zustand ist inakzeptabel. Wann endlich können Patientinnen und Patienten mit Krebs, Bluthochdruck oder Diabetes oder eben auch Eltern, die sich vor jeder Grippe bzw. RSV verursachten, akuten Bronchitis ihre Kinder fürchten, auf eine verlässliche Versorgung mit Medikamenten verlassen. Dann sind dabei eben auch die Ursachen der chronischen Mangellage... Entschuldigung, ich fange nochmal an. Dabei sind die Ursachen der chronischen Mangellage hinreichend bekannt. Offensichtlich greifen Gesetze, wie eben schon erwähnt, das wunderbare Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz und das Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Wer denkt sich das bloß aus? Gesetze also, die wir immer wieder kritisiert haben. Gesetze, die zu wenig greifen. Der Grund ist genau genommen systemischer Natur. Solange der Profit von Pharmakonzernen den Arzneimittelmarkt und die Produktionsstrategien bestimmt, wird sich daran nichts ändern. Markenmedikamente werden weiter zu überhöhten Preisen verkauft, und zwar auf Kosten von Versicherten und Kassen. Weniger rentable, aber dringend benötigte Medikamente werden entweder gar nicht mehr oder oft unter unzumutbaren Bedingungen im Ausland produziert. Im Sinne des Gemeinwohls muss eine sichere und krisenfeste Arzneimittelversorgung gesichert werden. Daher fordern wir von der Bundesregierung, nehmen Sie endlich wirklich die Pharmakonzerne in Pflicht. Der Sicherstellungsauftrag der Pharmaunternehmen nach Arzneimittelgesetz muss erweitert und mit behördlicher Überwachung und Sanktionierung durchgesetzt werden. Rabattverträge, nicht nur bei Antibiotika, müssen durch eine Festbetragsregelung ersetzt werden, um eine ausreichend große Anbietervielfalt zu gewährleisten. Finanzielle Anreize zur Verlagerung von Produktionskapazitäten in die EU bzw. nach Deutschland müssen mit klaren Auflagen für mehr Versorgungssicherheit flankiert werden. Die Pharmaindustrie, nicht der Großhandel, der ja vielfach auch nur den Mangel verwaltet, muss verpflichtet werden, für versorgungswichtige Arzneimittel die Vorratshaltung eines Fünf-Monats-Bedarfs zu gewährleisten. Ich komme zum Schluss. Die Linke fordert eine umfassende Arzneimittelforschung, gerade eben für diese sensiblen Bereiche, eine Arzneimittelproduktion und eine Arzneimittelversorgung, die sich endlich konsequent am Bedarf der Patientinnen und Patienten orientiert. Danke. Peter Sitte war das für Die Linke, die ja nur noch eine Sitzungswoche vor sich hat als Fraktion. Am 6. Dezember wird die Fraktion der Linke sich auflösen. Hier in der Debatte um Arzneimittelversorgung hat jetzt als Nächster das Wort Lars Linnemann von der FDP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte auch ich, liebe Kollegen von der Union, mich bedanken dafür, dass Sie das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir reden ja über Daseinsvorsorge. Das ist etwas Sichtiges in unserem Land. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir uns vergewissern, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, ich kann Ihnen das bestätigen. Was hat die Koalition gemacht? Wir haben uns mit dem Alp-VVG auf den Weg gemacht, und zwar die Dinge in den Blick zu nehmen, die jetzt nicht unbedingt leichter geworden sind zu lösen, aber dennoch in den Blick zu nehmen, und an der Stelle vielleicht einen kleinen Ausflug, Frau Kollegin Sitte. Es war eine gute Entscheidung in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir die Herstellung von pharmazeutischen Produkten Unternehmern überlassen haben. Ich stelle mir mit Grausen vor, was passieren würde, oder ich will überhaupt nicht drüber nachdenken, wenn das in staatlicher Hand wäre. Deswegen reden Sie nicht das schlecht, womit die Bundesrepublik über viele Jahrzehnte gut gefahren ist. Wir haben Nachsteuerungsbedarf, ja, aber dass wir zu einer staatlichen Arzneimittelproduktion übergehen, ich glaube, das will niemand außer Ihnen hier in diesem Haus. Wir haben also auf diejenigen zu schauen, die an der Lösung der Probleme in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt sind. Das sind die pharmazeutischen Unternehmer, die Großhändler und die Apotheker. Wie tun wir das, wir als Politik? Wie tut das die Exekutive? Wir haben zunächst das BfArM, den Beirat beim BfArM gestärkt. Und ich habe gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen sind seit dem Urteil in Karlsruhe nicht leichter geworden. Aber wir haben es dennoch geschafft, in den Haushaltsberatungen für den Einzelplan 15 jetzt nachgängig noch durchzusetzen, dass das, was das BfArM in diesem Zusammenhang leisten soll, auch möglich ist und da ein Stück weit nachgesteuert worden ist. Und das zeigt, dass diese Koalition trotz dieser neuen Herausforderungen sehr wohl handlungsfähig ist und auch an den Stellen handlungsfähig ist, auf die es ankommt. Das Zweite, wir haben uns in diesem BfArM-Beirat bisher, und das kann man durchaus erweitern, bisher damit beschäftigt, was an Arzneimitteln in Deutschland schon mal auf dem Markt war und was jetzt nicht mehr verfügbar ist. Wir müssen diesen Blick, meine ich, erweitern auf einen 360-Grad-Blick. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, was unseren Arzneimittelmarkt nicht mehr erreicht, weil die Rahmenbedingungen eben nicht mehr so optimal sind. Deswegen ein 360-Grad-Blick. An der Stelle darf man aber auch noch mal sagen, die Kollegin Stamm-Fiebig hat das schon erwähnt, trotz all der Schwierigkeiten gibt es große amerikanische Unternehmen, die sehr trocken darüber entscheiden, nach Rahmenbedingungen, wo sie investieren, die in Deutschland investieren. Und ich sage es jetzt auch, Lilly hat 2,5 Milliarden Euro Investitionen in Deutschland angekündigt. Das zeigt, dass so unattraktiv der Standort Deutschland nicht ist. Wir müssen weiter daran arbeiten, ja, aber das tun wir. Dann würde ich gerne noch zu den Apothekern einen Satz sagen. Wir haben ja heute den Protesttag der Apotheker. Diese persönliche pharmazeutische Beratung der Apothekerinnen und Apotheker vor Ort ist uns als Koalition sehr wichtig. Wir wertschätzen das auch. Das ist nämlich genau das Einlösen des Versprechens, was wir geben, nämlich einen Versorgungserfolg herbeizuführen mit einem Medikament. Und wenn das nicht möglich ist, dann haben wir uns im ALP-VVG unterschiedliche Gedanken und Instrumente gemacht und Instrumente ausgedacht, wie man das durch Substitution und anderes erleichtern kann. Wir haben die Retaxation eingeschränkt, dass die Kassen am Ende, wenn ein Versorgungserfolg herbeigeführt worden ist, dafür auch bezahlen müssen. Und da machen Sie jetzt von der Union einen sehr sinnvollen Vorschlag, den wir gerne aufnehmen. Wenn es zum Beispiel nur möglich ist, durch einen Off-Label-Use den Versorgungserfolg herbeizuführen, dann ist das nach meinem Dafürhalten auch ein Fall, wo man die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten muss, dafür zu bezahlen, weil das ist das Ziel, was wir alle haben. Wenn wir in einer Notsituation also auch diesen Weg gehen müssen, dann ist das ein vernünftiger Weg. Flexibilität also ist das Maß der Dinge. Und ja, wir wissen, dass die Vergütung der Apotheker über viele Jahre nicht angehoben worden ist. Darüber wird zu reden sein. Ja, das ist richtig, aber dennoch haben wir zunächst einmal zu schauen, dass wir die Rahmenbedingungen für die Versorgung verbessern. Und dann kann man auch über dieses Thema sprechen. Am Ende zu den pharmazeutischen Unternehmern. Ich habe schon gesagt, wir von der FDP, aber auch diese Koalition hält das für eine gute Entscheidung, dass wir pharmazeutische Unternehmer in diesem Land haben, die Arzneimittel in diesem Land herstellen, die daran forschen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für diese pharmazeutischen Unternehmen stabilisieren. Deswegen wird es ein Amnok 2.0 geben. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Dazu wird es einen Dialog auch im Kanzleramt geben, an dessen Ende dann natürlich ein gesetzgeberischer Auftrag stehen wird, wo wir uns genau mit dieser Fragestellung beschäftigen werden. Und da wird es darum gehen, dass es eben Rahmenbedingungen in diesem Land braucht, dass pharmazeutische Unternehmer hier auch langfristige Entscheidungen treffen können. Und ja, wir als Politik müssen ein Stück Enthaltsamkeit üben lernen beim nachgängigen Eingreifen in Preisfindungsmechanismen, die in der Selbstverwaltung bei uns implementiert sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Georg Kipplitz für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Verehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute Nachmittag über die Situation, in der sich Menschen befinden, die einen Versorgungsbedarf haben, die vor der Theke einer Apotheke stehen und das dringend benötigte, das chronisch angewendete und das vor allen Dingen emotional so wichtige Medikament nicht erhalten. Eine ernste Thematik, mit der man sich auch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit beschäftigen sollte. Und ich hätte mir bei dem einen oder anderen Redebeitrag der Ampelkoalition schon gewünscht, dass Gefühle wie Besonnenheit, Demut oder aber auch Selbstkritik zumindest mal im Ansatz zu spüren gewesen wären, bei einigen jedenfalls keine Spur davon. Und deshalb will ich an dieser Stelle nur ganz kurz Revue passieren lassen, was uns in den letzten anderthalb Jahren hier beschäftigt hat. Wir haben in der Tat schon Mitte des Jahres 2022 entsprechende Engpässe, auch mit Rücksicht auf die auf eine zurollende Infektionswelle, identifiziert und Gespräche und Mahnungen hier auch in Debatten aufgenommen. Es ist in Bausch und Bogen als nicht diskussionswürdig zurückgewiesen worden. Und es kam zunächst mal das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, in dem dann zur Belohnung der Apotheker der Apothekenabschlag auf zwei Euro angehoben wurde. Ein Aspekt, der vielleicht zunächst mal keine Rolle spielt, der sich aber im weiteren Verlauf im Rahmen der Wertschätzung für die Apotheken niederschlägt. Dann kam im Dezember das Eckpunktepapier des Ministers, aber nichts Gesetzgeberisches und nichts, was wirklich die Betroffenen entlastet hätte. Und dann der große Befreiungsschlag, das ALP-VVG am 23.06. Und ich kann mich noch sehr gut an den Austausch erinnern, in dem ein Hinweis darauf, dass es sich bei dem Gesetz um Placebo handelt, um erhebliche Irritationen bei Frau Kollegin Pichotta kam. Aber ich hatte recht, es ist Placebo, weil es eben nicht die Wirkung erreicht hat, die es erreichen sollte. Gut, wir kommen zu unterschiedlichen Analysen jetzt, aber wir kommen auf jeden Fall zu einem ganz entscheidenden Arbeitsauftrag. Und es ist sehr schön, liebe Frau Stamm-Fiebig, dass am 30.11. der Kanzler eingeladen hat. Warum hat der Gesundheitsminister nicht schon viel früher eingeladen, wo er doch mit so vielen Gesprächsangeboten konfrontiert wurde? Und einer Sache müssen wir uns auf jeden Fall in der weiteren Debatte widmen. Die Akteure arbeiten vernetzt und verzahnt miteinander. Wenn auf der Seite der Produktion Arzneimittel nicht zur Verfügung stehen, sind es die Apotheker, die durch entsprechenden Austausch oder durch entsprechende Selbstproduktion diese Schlücke schließen können. Es muss sich aber wirtschaftlich für sie darstellen. Und insofern brauchen wir den Dialog aller Akteure an einem runden Tisch. Und auch dieser Vorschlag ist in der Vergangenheit mehrfach als vollkommen unsinnig und überholt betitelt worden. Lassen Sie uns in die Diskussion eintreten. Und sollte es Ihnen gelingen, was wir ehrlich gesagt nicht glauben, an allen 21 Punkten einen Erledigungsvermerk anzusetzen, dann nützt uns das allen. Ich glaube aber, wir werden zu einem sehr langen Arbeitskatalog kommen, der dann in der Gesetzgebung zeitnah bewältigt werden sollte. Ich freue mich auf die angeregten Diskussionen. Und ich hoffe zuversichtlich, dass an den Gesprächen auch der Gesundheitsminister teilnimmt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Union hat unter anderem 21 Punkte Forderungskatalog in diesem Antrag formuliert. Unter anderem geht es darum, dass Apotheken zukünftig für ihre Lieferengpassmanagement angemessen vergütet werden sollen. Insgesamt wird es sicherlich teurer werden, die Medikamente auch hier in Europa herzustellen. Nächste Rednerin, Nesahat Baradari für die SPD. Wenn mein Fachbereich hier im Plenum Aufmerksamkeit erfährt. Die Lage bei der Versorgung mit Kinderarzneimitteln war im vergangenen Winter aus verschiedenen Gründen tatsächlich dramatisch. Ich habe das selbst erlebt. Kinder- und Jugendgesundheit wird zu oft vergessen. Und es wäre gut, wenn wir bei dieser Thematik alle an einem Strang ziehen würden. Konstruktive Oppositionsarbeit dazu würde mich tatsächlich freuen. Leider muss ich sagen, dieser Antrag schürt unnötig Panik. Das ist mehr als kontraproduktiv und könnte dazu beitragen, dass eine verunsicherte Bevölkerung erneut, schon wie im letzten Winter, zu Hamsterkäufen übergeht, die die Versorgung unnötig strapazieren. Was Sie hier stellen, ist ein Schaufensterantrag. Und nochmal, das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, kurz ALP-VVG genannt, enthält viele sinnvolle Maßnahmen. Zum Beispiel die mögliche Anhebung des Festbetragspreises um 50 Prozent bedeutet einen erheblichen Mehrertrag für pharmazeutische Unternehmen. Allein diese Maßnahme summiert sich auf 160 Millionen Euro. Und das ist kein Placebo. Einige Eckpunkte, etwa der Unterlagenschutz, bedürfen meiner Meinung nach der Überarbeitung. Sowohl meine Fraktion als auch die Regierung arbeiten auf europäischer Ebene darauf hin, diese Pharmastrategie zu nutzen, um nicht nur Europa, sondern auch gerade Deutschland wieder zur Apotheke der Welt zu machen. Wie wir bereits gehört haben, soll die Pharmastrategie den pharmazeutischen Sektor stärken und die Produktion wieder zurück in die Europäische Union holen. Erleichterungen für die Zulassung von Kinderarzneimitteln sollen Teil der Strategie sein, was auch den Off-Label-Use eindämmen würde. Ein anderes Beispiel ist, dass das Gesundheitsministerium zur Sicherung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln für den nächsten Winter einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt hat. Dieser beinhaltet unter anderem zur besseren Steuerung einer gleichmäßigen Versorgung in der Herbst-Wintersaison einen regelmäßig tagenden Steuerungskreis. Dort kommen Unternehmen, Apothekerschaft, Kinder- und Hausärzte regelmäßig zusammen und nehmen ein Monitoring der Versorgungssituation vor. Da muss sich die Union in Bezug auf ihren Antrag fragen, wie viele runde Tische, Gipfel und Arbeitsgruppen wollen sie eigentlich denn noch haben? Wir bitten alle Beteiligten um eine sachliche und realistische Kommunikation. Ich würde mich freuen, wenn auch die Union dieser Bitte nachkäme. Es geht hier um die Gesundheit der Bevölkerung, es geht hier um die Gesundheit der Kinder in unserem Land und nicht nur, entschuldigen Sie, um ein paar billige Punkte im politischen Wettbewerb. Vielen Dank. Nesahat Baradei im Zivilberuf, Kinder- und Jugendärztin war das für die SPD. Der nächste Redner kommt von den Bündnisgrünen, Johannes Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Ja, das ist wieder so ein Antrag von der Union. Da fragt man sich, was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Vage, inkonkret und in wesentlichen Teilen schon von uns umgesetzt. Wenn das Ihr Verständnis ist von konstruktiver Oppositionsarbeit, dann gute Nacht, liebe Union. Sehr verehrte Damen und Herren! Vor meiner Zeit im Bundestag habe ich als Kinderarzt in Weiterbildung im Krankenhaus Coburg gearbeitet. Die Gesundheit von Kindern liegt mir besonders am Herzen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir Lehren aus dem letzten Winter, aus den letzten Jahren gezogen haben. Die Bilder von damals waren dramatisch und sicher sind sie vielen von uns noch im Kopf. Eltern, die auf der Suche nach Fiebersaft von Apotheke zu Apotheke laufen, das Kind, das nur ein Breitbandantibiotikum bekommen kann und die Apothekerin, die Stunden mit Lieferanten telefoniert und am Ende trotzdem den Frust der Kundinnen aushalten muss. Es ist klar, das wollen wir diesen Winter nicht wiedersehen und das werden wir auch nicht wiedersehen. Als Ampel haben wir schon vor dem Sommer gesetzlich gegengesteuert. Erstens. Um für eine erhöhte Nachfrage vorbereitet zu sein, haben wir Pharmagroßhändler verpflichtet, Kinderarzneimittel in Zukunft für mindestens vier Wochen zu bevorraten. Zweitens. Um Engpässe zu vermeiden, motivieren wir die Hersteller, mehr Kinderarzneimittel zu produzieren. Dafür haben wir diese aus den Rabattverträgen herausgenommen. Und drittens sparen wir den Apotheken viel Zeit und Arbeit. Wenn ein verschreibbares Medikament nicht verfügbar ist, aber ein ähnliches Mittel mit dem gleichen Wirkstoff vorhanden ist, dürfen Sie es herausgeben. Und zwar ohne Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt oder Ärztin. Das spart Zeit und Energie in uns konkreter Bürokratieabbau, meine Damen und Herren. Mit all diesen Maßnahmen sind wir auf einem guten Weg. Die aktuelle Lage sieht deutlich besser aus als im vergangenen Jahr. Die Produktionsmengen der kritischen Kinderarzneimittel und Antibiotika sind gegenüber dem letzten Winter deutlich gestiegen. Teilweise um bis zu 100 Prozent. Und das BfArM hat die Versorgungslage bei Kinderantibiotika gerade als stabil bewertet. Die Szenen vom letzten Jahr werden sich nicht wiederholen. Und darüber bin ich sehr froh. Klar ist aber auch, nicht alle Probleme, die Lieferengpässe verursachen, können auf nationaler Ebene gelöst werden. Deswegen setzen wir auf ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der EU und treten dort das EU-Pharma-Paket voran. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch eine Sache sagen. Dass wir heute über Lieferengpässe sprechen müssen, liegt auch daran, dass wir jahrelang nur auf das Billigste gesetzt haben. Dafür zahlen wir heute einen hohen Preis. Und das sollte uns auch für andere Bereiche eine große Lehre sein. Vielen herzlichen Dank. Und die nächste Rednerin in der Debatte über die Arzneimittelversorgung ist Emi Zollner für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Kollegin Baradari, ich möchte Ihnen etwas klarstellen. Und zwar nicht, dass wir jetzt hier diesen Antrag eingebracht haben, weil wir halt gerade mal Lust darauf hatten, sondern weil es ganz konkrete Anliegen aus unseren Wahlkreisen gibt. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, das noch mal zu formulieren. Es sind eben die Menschen in unserer Heimat, die uns eben auch das in Stammbuch schreiben als Union, dazu einen Antrag zu stellen. Zum Beispiel eine Mutter aus meinem Wahlkreis, aus meiner Heimat in Oberfranken, die leider auch noch aktuell 71 Apotheken anrufen musste, um ein Medikament für ihr Kind zu organisieren. Und da geht es uns nicht darum, dass wir sagen, wir möchten da irgendwie Angst oder sonst was verbreiten. Wir haben Eltern, die sehr souverän sind und damit umgehen. Aber wir müssen natürlich Missstände aufzeigen. Und das ist auch die Aufgabe von uns als Opposition. Und deswegen haben wir diesen Antrag eingebracht. Nicht für Sie, sondern für die Menschen, die da draußen wirklich Unterstützung brauchen. Und konkret sage ich Ihnen auch, Sie haben ja jetzt das Alp-VVG beschrieben. Sie haben ja formuliert, dass das sozusagen die Revolution war und formuliert, dass das jetzt den Unterschied gemacht hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Lebensrealität der Apothekenteams und der Praxen, die sieht anders aus. Denn die sagen zum Beispiel, dass die Austauschregelungen bei Nichtverfügbarkeit von Medikamenten, die ja in diesem Alp-VVG eben angelegt war, die wird ja zurzeit kritisiert und die wird ja zurzeit bestritten zwischen GKV-Spitzenverband und zwischen dem Bundesgesundheitsministerium. Weil nämlich die Apotheker zu Recht eine Erleichterung fordern, die Sie wahrscheinlich auch wollten. Nur im Gesetz steht es halt anders drin im Moment. Das heißt, die Gesetzesarbeit, die Sie hier liefern und machen, die ist nicht nur ambitionslos in Teilen, sondern sie ist auch schlecht gemacht. Und deswegen kann es jetzt im Moment, kann ich zumindest ganz konkret im Moment nicht sagen, dass das Alp-VVG mit guten Ansätzen tatsächlich zur Bürokratieerleichterung führt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen weiterhin die Apotheken, jede einzelne Medikament auf Verfügbarkeit prüfen, falls Sie austauschen wollen. Und die Dokumentation dazu muss auch folgen. Das heißt, das, was Sie wollten, passiert konkret nicht. Und deswegen frage ich mich schon, in welcher Lebensrealität Sie im Moment leben. Wir nehmen es anders wahr. Und das reibt die Menschen auf. Wir sind nach der Pandemie, nach der Pandemie sind die Menschen im Land angespannt, ausgebrannt. Und im Gesundheitswesen ist das besonders der Fall. Und deswegen reicht es, lieber Kollege Lindemann von der FDP, den ich persönlich sehr schätze, es reicht nicht auf, aus auf Instagram ein Entbürokratisierungsvideo ins Netz zu stellen. Es reicht nicht aus, sondern Sie müssen konkret handeln. Und dazu fordern wir Sie auf. Und deswegen haben wir konkrete Maßnahmen reingeschrieben, zum Beispiel in Bezug auf die PTAs, die eine hervorragende Arbeit machen, dass dort zum Beispiel die Schulgeldfreiheit kommt. Das können Sie doch nicht bestreiten. Sie haben es gerade kritisiert als eine Maßnahme, die Sie schlecht finden. Ich sage nur, natürlich muss es kommen. Was denn sonst? Und beim Kanzlergespräch kann ich Ihnen nur sagen, wir sind froh, dass dieser Dialog jetzt stattfindet. Aber ich hoffe, dass es nicht passiert wie beim Dialog mit der Bauwirtschaft, wo auch hier wirklich die Hütte brennt. Nämlich, dass dann gefragt wurde. Und wann treffen wir uns wieder, um zu kontrollieren, welche Maßnahmen dann tatsächlich umgesetzt werden? Da blieb der Kanzler die Frage offen und hat nicht geantwortet, wann es stattfindet. Und deswegen hoffe ich nur, dass das nicht das erste und letzte Gespräch bleibt, sondern dass weitere Gespräche mit dem Kanzler folgen. Denn das muss zur Chefsache gemacht werden, weil es der Gesundheitsminister nicht hinbekommt. Emi Teuner hier, energisch als letzte Rednerin der CDU-CSU. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte kommt von der SPD, Gabriele Kaczmarek. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Bühnen und vielleicht auch zu Hause. Sie hören gerade eine Debatte, die Sie sicherlich sehr bewegen kann, die Sie vielleicht auch getroffen hat, schon indem Sie, Herr Sorge, jetzt hören Sie mir doch gerne mal zu, wir kennen uns schon sehr lange. Ich sage Ihnen auch jetzt gleich mal was dazu, aber lassen Sie mich doch gerne mit den Bürgern auch mal darüber reden, was Bürger jetzt erleben und was wir für Vorstellungen haben, wie man etwas ändern kann. Und Herr Sorge, Sie sind ja hier sehr heftig aufgetreten, Frau Zöllner. Sie noch mehr. Ja, jetzt hatte ich überlegt, ich versuche mal ein Stück darauf einzugehen, was wir schon gemacht haben. Aber Sie ersparen es mir leider nicht, dass ich noch ein paar Bemerkungen zu Ihren Ausführungen hier machen muss. Ich weiß, Sie hören es nicht gerne. Aber wir sind zehn Jahre, ich bin zehn Jahre im Deutschen Bundestag, ich glaube, wir haben uns dort schon öfter gesehen. Und ich kann mich an vielen Diskussionen erinnern, aber ich kann mich an eins erinnern, ich kann mich an eins erinnern. Der Gesundheitsminister wurde in acht Jahren von diesen zehn von Ihnen gestellt. Herr Gröhe und Herr Spahn, und Herr Gröhe und Herr Spahn haben eins gemacht. Ja, Sie haben Pharma-Dialoge durchgeführt, fordern Sie jetzt auch wieder. Muss man tun? Ja, was ist denn dabei herausgekommen? Doch gar nichts, null und nichts. Und genau deshalb machen wir doch jetzt mit unserem Gesundheitsminister und mit der Ampel etwas ganz anderes. Wir packen es an, nämlich das Problem zu lösen, worum es denn letztendlich geht. Dass Medikamente nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Das alleine lösen Sie nicht mit einem Pharma-Gipfel. Nein, da braucht es mehr. Meine Kolleginnen und Kollegen haben es doch schon deutlich gemacht. Und Sie wissen es doch letztendlich auch. Wo kommen denn die Medikamente her? Das wurde angesprochen. Aus Asien. Ja, sehr viele Medikamente und Wirkstoffe kommen aus Asien. Und das ist ein Problem, insbesondere dann, wenn wir Störungen in den Lieferketten haben. Und da muss man doch auch ansetzen. Und Sie sagen, jetzt muss man dann schauen, dass man das mehr fördert. Ich will Ihnen mal eins sagen. Ich beschäftige mich, beschäftige mich. Jetzt seien Sie doch mal ruhig. Halten Sie sich doch mal ein Stück zurück. Sie können doch nicht über etwas mitreden, wovon Sie keine Ahnung haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist richtig, wir brauchen mehr und richtige und wichtige versorgungsrelevante Produktion in Europa und in Deutschland. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und das ist nicht eine Frage, ob der Gesundheitsminister redet, sondern es ist Wirtschaftspolitik. Und zum Schluss will ich Ihnen sagen, und da passiert sehr vieles, wurde gerade angesprochen. GSK fördert die Impfstoffproduktion, weitet sie aus. Bayer Weimar Feststoffproduktion. Vitzer Freiburg Feststoffproduktion. Böhringer Ingelheim Forschung und Entwicklung. Lili, gerade heute offiziell bekannt gegeben, 500 Arbeitsplätze, Produktion in Rheinland-Pfalz. Das ist doch ein richtiger Weg. Und nicht nur immer zu glauben, wir reden und produzieren schöne Bilder. Und dann löse ich jetzt von alleine. Sehr geehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Und ich wünsche jetzt schon allen ein schönes Wochenende. Und damit schließe ich die Aussprache. Und interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-9319 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so.